Wir haben in den Sonntagsgottesdiensten jetzt am Samstag Sonntag den Gottesdienst mitfeiernden mitgeteilt, dass wir im nächsten Jahr, vermutlich im September, die Herz-Jesu-Kirche als Kirche, als Gottesdienstort aufgeben werden. Seit längerem wissen wir in der Pfarrei Liebfrauen darum, dass wir als größere Pfarrei mit vielen Kirchen langfristig nicht alle Kirchen als Gottesdienstorte nutzen und aufrechterhalten können. Und von daher haben wir überlegt, im Gespräch auch mit der Omega Hospizstiftung Bocholt, dass die Nachnutzung der Herz-Jesu-Kirche als ein stationäres Hospiz für uns es gut ermöglicht, die Herz-Jesu-Kirche als Kirche aufzugeben. 1960 sind von den fast 20.000 Gemeindemitgliedern, die damals in dem Bereich der heutigen Pfarrei Liebfrauen lebten, 50 Prozent an die 10.000 Gemeindemitglieder sonntags zum Gottesdienst gegangen. 2014 waren es bei 17.500 Gemeindemitgliedern 12 Prozent. Diese Zahlen sprechen, glaube ich, für sich. Wenn man alle Kirchen, die 1960 errichtet wurden, dann noch hat, aber es einen so großen Schwund gibt in der Zahl der Mitfahrenden, dann zeigt sich, dass nicht alle Kirchen als Gottesdienstorte mehr genutzt werden. Von dieser Entscheidung ist nicht betroffen der Kindergartenherz-Jesu und auch das Pfarrheimherz-Jesu nicht. Im Gegenteil, das sind gute Faktoren für den Standort für das stationäre Hospiz, weil auch in direkter Nachbarschaft sich die Clemens-Dömer-Grundschule befindet, es ein Wohngebiet gibt und auch die Nähe zum St. Agnes-Hospital mit der Palliativstation. Die Stiftung hatte sich unter anderem zur Aufgabe gemacht, die Quantität und Qualität von stationärer Hospizarbeit weiter zu verbessern und auszubauen für die Region Bocholt. Und das kann bestenfalls dann durch ein neues solitäres stationäres Hospiz verwirklicht werden. Vom Gesetzgeber und von den Kostenträgern her gibt es also eine sehr eng festgelegte Größe, die mindestens acht Plätze, maximal zehn Plätze betragen wird. Der Standort dort an der Herz-Jesu-Kirch ist insofern optimal aus unserer Sicht a. die räumliche Nähe zum Krankenhaus, b. auch das direkte Umfeld, was ja geprägt ist durch Wohnbebauung, aber auch durch andere soziale Einrichtungen wie zum Beispiel einer Grundschule, wie zum Beispiel der Kindergarten oder auch das Pfarrheim, sodass also die Hospizgäste, wenn sie denn möchten, noch sehr am aktiven Leben teilnehmen können. Untertitelung des ZDF für funk, 2017